So sieht es aus, wenn Reiche sich mal ein Wochenende gönnen, zum Autofahren, zum Rennen machen, zum Rennen fahren. So sieht es aus. Hier mussten Menschen durchbrechen, damit sie überhaupt weiterkommen. Es ist so, es ist völlig verrückt. Verrückte Welt. Trecker sind unterwegs, räumen hier auf, fahren hier wild durch die Gegend. Hier fahren irgendwelche Staplerfahrer wild rum, irgendwo dudelt die Musik. Wichtig ist, was haben wir am Ende? Wir haben am Ende Folgendes. Das haben wir am Ende. Ich sage, kaum ein Mensch weiß es, aber Menschen sind halt nicht informiert, das ist das Problem. Ja.